Mustafa Selim Speich, Sie sind jetzt in Lins, also in dem Bereich Migration eine bedeutende Persönlichkeit. Sie sind beschäftigt im Bereich der Muttersprachenlehrerausbildung und so weiter und Sie sind tätig an einer Schule. Könnten Sie uns ein bisschen Ihren beruflichen Alltag beschreiben? Was machen Sie denn so in diesem Rahmen? Ich bin Hauptschulfachlehrer für Sprache und dieses Lehramt habe ich in Bosnien gemacht und dann einige Jahre in Bosnien gearbeitet und danach unmittelbar vor dem Krieg in Bosnien bin ich nach Österreich gekommen und seit damals, praktisch seit 1992 bin ich Muttersprachenlehrer für Bosnien, Kroatisch, Serbisch in Enz. Überwiegend eine Schule, manchmal mehrere Schulen, aber im Grunde genommen in der Volksschule 1 in Enz. Seit einigen Jahren beschäftige ich mich auch mit Organisationen, ich bin nämlich Vorsitzender von Muttersprachenlehrer in Oberösterreich und seit September auch in Österreich und also meine Aufgabe ist Muttersprache zu unterrichten, kulturelle Begegnungen zu organisieren, überhaupt alles was Integration in eine Schule, in eine Gemeinde betrifft. Wie könnten Sie den Migrationskontext in Oberösterreich bezeichnen? Also was sind da die dominanten Gruppen, die es da gibt? Also wie läuft das von sich? Also wie ist die Kooperation mit den Schulen, mit der Gemeinde? In Oberösterreich sind die größte Migrantengruppe, die sind die Leute aus Bosnien-Herzegowina und ich bin selber aus Bosnien-Herzegowina und dieses Milieu kenne ich ziemlich gut. Zusammenarbeit läuft meistens gut, besonders wo es größere Vereine gibt, aber überhaupt die die Leute aus Bosnien-Herzegowina sind ziemlich integrationsfähig und die integrieren sind ziemlich schnell und da gibt es ein bisschen weniger Probleme als vielleicht mit anderen, mit Leuten, die zum Beispiel aus aus Europa nach Österreich kommen. Und da, weil die überhaupt ein, sozusagen, es ist einfach ein bisschen leichter sich an eine nähere Verhältnisse, an ein näheres Land anzupassen, anzupassen ist vielleicht nicht das schönste Wort, aber überhaupt zu integrieren. Ja, gibt es da Zusammenarbeit auf dieser Vereinsebene, also zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen in Oberösterreich, also im Bereich Migration, haben Sie gemeinsame Ziele, verfolgen Sie gemeinsame Aktionen oder Strategien, also in Bezug auf die Integration der Gemeinschaften? Am Anfang, sozusagen, anfängliche Gedanken sind immer, die Vereine versuchen am Anfang den Leuten zu helfen, wenn sie neu in einem Land sind. So ist auch in Oberösterreich und Österreich auch. Und später kommen auch diese andere, die nächsten Ziele sind natürlich Integration, bessere Zusammenarbeit und so weiter. Also es gibt Wille, es gibt auch konkrete Maßnahmen immer wieder und es hängt natürlich von der Gemeinde, von der Schule, von den Vereinen und auch überhaupt. Also, ich muss etwas wiederholen, was man öfter hört, das ist, dass Integration ist nicht eine Einbahnstraße, sondern es muss Wille von beiden Seiten vorhanden sein. Können Sie uns ein Beispiel geben, so von Aktionen oder so, ja, also etwas, was Sie unternommen haben in diesem Bereich, also wo Sie das Gefühl haben, das ist eine gute Strategie, es bringt was in Bezug auf die Integration der Kinder oder der Familien? Es ist ganz gut, wenn die Muttersprache Lehrer, die natürlich in diesem Zusammenhang eine ganz wichtige Rolle spielen, wenn sie alle diese Faktoren einbeziehen, wenn sie zum Beispiel ein Projekt organisieren, wenn sie überhaupt ein Fest organisieren und so. Die Muttersprache Lehrer sind wirklich immer da, die sind wirklich kulturvermittler, nicht nur Lehrer, die Muttersprache Lehrer sind viel mehr als eine unterrichtende Person, die, das heißt, es gibt viele, viele, sozusagen viele Beispiele, wo das ist alltäglich passiert. Das ist, man kann nicht über große Aktionen sprechen, aber es ist gut, wenn auch die anderen, die solche Sachen organisieren, auch Muttersprache Lehrer in die Sache einbeziehen, die kennen Temperament, die kennen beide Seiten praktisch, besonders die Lehrer, die Muttersprache Lehrer, die länger in der Schule sind, die länger in der Schule unterricht sind, die kennen beide Kulturen und die sind ganz gute Kulturen. Also, die Brücken oder überhaupt Brücken, die verbinden beide Gesellschaften. Wer kann überhaupt Muttersprache Lehrer werden? Gibt es da besondere Anforderungen vom Landesschulrat oder kann man das machen mit einem Studium, das man im Ausland absolviert hat? Wie schaut dann die Situation dieser Lehrer aus, dieser Gruppe? Muttersprache Lehrer oder Lehrerin kann jemand sein, der entweder in seinem Heimatland oder hier in Österreich ein abgeschlossenes Lehramt hat. Und da hat natürlich die Sprache gut beherrscht. Aber am besten sind die, für diese Aufgabe sind begegnet die Lehrer, die zum Beispiel in ihren Ländern Volksschullehramt gemacht haben. Oder Sprache oder Geografie oder Geschichte. Das war auch von Anfang an. Am Anfang überhaupt die Geschichte der Muttersprache Lehrer ist gewesen. Also auch die Leute, die hier ein Lehramt machen, aber die in der Sprache wichtig sind. Und am besten wäre, wenn sie zum Beispiel, wenn sich ein eigener Lehrgang für den Muttersprache Lehrer organisiert. Sie meinen, dass die Qualifikationen, die sie im Lernen praktisch mitbekommen, nicht unbedingt immer ausreichen für den Kontext in Oberösterreich oder in Österreich an der Schule? Oder wie meinen Sie das, diesen Lehrgang, worauf soll es sich dann beziehen? Meinen Sie die Leute, die von außen kommen oder die Leute, die hier leben? Ja, ich denke so, wenn jemand Muttersprachenlehrer wird, hier muss er sich praktisch an einem neuen Schulsystem gewöhnen. Also er muss dann auch die Kinder durch dieses System praktisch helfen, also mit zu begleiten und auch den Eltern wahrscheinlich auch beraten. Wo bekommt so eine Person die notwendige Ausbildung für diese Tätigkeit? Wenn jemand vom Ausland kommt, also auch die Leute, die müssen hier sich weiterbilden. Ich habe selber, auch wenn ich da gekommen bin, ich habe also Lehrgang für Sprache oder Muttersprache, bloß Sprachisch-Serbisch oder damals Demokratisch studiert und abgeschlossen in meinem Land. Aber wenn ich da gekommen bin, das war eine unendliche Geschichte, eine weitere Verbindungsmaßnahme. Immer wieder Kurse, zuerst Deutschkurse, dann Computerkurs, dann interkulturelles Lernen auf pädagogischer Schule hier in Linz, dann interkulturelles Lernen in Berlin und Freien Universitäten und so weiter. Und jemand, der Muttersprachenlehrer sein will, er muss sich immer wieder bilden, so wie österreichische Kollegen, aber noch mehr, wenn er neu kommt. Wie würden Sie die Situation der Muttersprachenlehrer im Kollegium, in einer Schule bezeichnen? Ist das für Sie einfach, sich zurechtzufinden? Haben Sie einen bestimmten Platz, also bestimmte Aufgabenbereiche, die Ihnen zugeschrieben werden? Oder können Sie gut mit den anderen Lehrkräften zusammenarbeiten? Unsere Leute, also Muttersprachenlehrerinnen und Lehrer, sind sozusagen auch integrationsfähig. Die wollen sich in die Lehrkräfte integrieren, wenn das natürlich die Rahmenbedingungen empfehlen. Manchmal, und ich kann sagen, 90 Prozent unserer Muttersprachenlehrer sind sehr gut in ihre Lehrkräfte integriert. Es gibt natürlich Fälle, wo die Lehrer sehr viele Schulen haben. Sechs, sieben, acht, neun, sogar. Und der Muttersprachlehrer findet meistens am Nachmittag statt. Und dann sind die Lehrer praktisch unbekannte Personen. Die kommen am Nachmittag, wenn alle Lehrer weg sind oder nur die Putzfrau oder Hausmeister da ist. Und die können, die können sich wirklich, wenn sie so arbeiten, wenn sie so unterrichten, schwer ins Lehrkörper integrieren. Und deswegen wäre es gut, wenn die mindestens teilweise im Untersprachlehrerunterricht auch am Nachmittag stattfinden. Zum Schluss möchte ich dann vielleicht den Fokus auf die Ersprachen der Kinder legen. Also diese Kinder, die praktisch vielleicht auch nicht unbedingt Deutsch als erste Sprache haben. Wie empfinden Sie als Muttersprachenlehrer den Platz oder den Wert dieser Sprachen in dem österreichischen Bildungssystem? Finden Sie, dass man sie ausreichend berücksichtigt oder dass die Kinder das gut integrieren können? Also dass es einen Platz hat in der Bildung oder wie sehen Sie das? Unser Schulsystem berücksichtigt leider nicht genug diese Zweisprachigkeit. Also die Kinder müssen unbedingt Deutsch kennen, bevor sie in die Schule kommen. Das sind die neueste Tendenz, die neueste Wünsche von verschiedenen Leuten. Natürlich, ein Kind, der mehr Sprachen kann, ist sicher sozusagen vorbereiteter oder ein Erwachsener, der mehr Sprachen kann. Er ist vorbereiteter fürs Leben, fürs Berufsleben. Man kann solche Personen sozusagen leichter ansetzen, leichter Beruf finden und so weiter. Und das muss man auch eine entsprechende Rolle im Schulsystem finden. Ich kenne sehr viele Klassenlehrer und Schulleiter, die sehr positiv eingestellt sind. Aber es gibt auch manchmal, und noch immer leider, Kollegen, die das einfach nicht wahrnehmen wollen. Aber eine gute entwickelte Muttersprache, eine gute Grundlage für die zweite Sprache, das ist schon lange bekannt. Das muss ich nicht immer wieder beholen, das weiß jeder. Und deswegen muss man dann unsere Haltung ein bisschen anpassen, ein bisschen anders. Wenn Sie sich etwas wünschen würden, was wäre das Notwendigste? Ich wünsche mir, dass das österreichische Schulsystem und überhaupt die österreichische Gesellschaft ein bisschen ehrlicher zum Untersprachenlehrer wird. Also, dass sie sich ein bisschen ernster nehmen. Wir sind doch nach so vielen Jahren hier eine kleine Randgruppe Lehrer, die sehr oft um ihre Stundenbahn gehen müssen. Weil das ein Mutterspracheunterricht ist kein Regelgegenstand, sondern eine unverbindliche Übung. oder eine Verbindliche Übung, je nach Schultipp. Und wo die Anmeldungen notwendig sind. Wenn genug Anmeldungen da sind, dann kann man nicht Mutterspracheunterricht organisieren. Und die Lehrer haben keine Arbeit. Und das ist diese ständige Wangen, ständige Angst, dass man nicht mehr benötigt wird. Das ist praktisch das Hauptproblem für Mutterspracheunterricht. Wenn ich das zusammenfassen würde, würde ich sagen, Sie möchten gerne, dass dieser Berufsstand weniger prekär wird. Dass er mehr Anerkennung hat im System, also mehr Platz. Und dass die Ersprachen der Kinder mehr als Ressourcen genutzt werden. Gut, dann hoffen wir, dass diese Worte gehört werden. Und ich bedanke mich für das Gespräch. Danke.